So begann's. Damals. Zwolz und ich hab' keinen richtigen Vater. Bankerzeit! 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 Und jetzt hinaus. Dahin, wo du hergekommen bist. Auf Wiederschauen, Matthias. Grüß Gott, Mutter. So, so. Du kommst jetzt angekrochen. Schick's weg, du. Das ist dein Vermögen. Ja, was ist denn das? Na egal, es bringt Geld. Du lachhafter, du infamer Hochzeiter, du. Und wenn du in Gold gefasst wirst, lieber mit jedem Landstreicher, lieber verhungern, lieber verrecken, als deine Visage über mir ertragen! Ich hab' mich schon ein bisschen geärgert, dass deine Studenten gar so wichtig. Aber nur jetzt bist du ja da. So, sag' mal. Sag' mal, was war zwischen euch? Alles. Was war das? Ein Steinschlag. Um die Zeit? Ist doch die Sonne noch gar nicht da. Gib du mir meinen Sohn. Ich sag's ja. Gib ihn heraus. Gib ihn heraus. Ich bitte dich. Heraus den Brief! Gib ihn heraus! Wo ist der Brief, Altwart? Wo ist der Brief? Ich fand den Brief nämlich hinterher. Ich hab' ihn noch nachgerufen, aber da waren sie schon weg. Und dann erkannte ich, warum der Brief ihnen so wichtig war. Dass das hier nichts ist, das hab' ich doch schon als junges Ding gewusst. Und was ist denn mit dem Jakob? Was will er denn dasselbe, wie er raus will? Aber es wird ihm ja gehen wie mir. Wird's nicht schaffen. Es ist nie zu spät, Paula. Hilfe! Hilfe! Und nichts als die Wahrheit ausgesagt habe. Und nichts als die Wahrheit ausgesagt habe. So wahr mir Gott helfe. Die Tage kann uns keiner mehr nehmen. Du hast ihn gartern. Dus her, wirst du auch mal literally. Die Tage kann mir nicht. Du hast ihn gartern. Ich will mir gelesen. Aber es war wirklich. Ich will sie nicht. Ich werde mich zuschrauben. Es war ganz in der Zeit. Und dann? Und dann? Oder? Ich werde mich immer wieder. Vielen Dank.